Hallo Freunde und Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Smash. Diesmal ist meine Truppe dabei. Deine Truppe. Ja sag einfach mal. Einmal Jenna, dann Hex Gaming und der Meuro. Und der Hex. Und ich werde alle platt machen hier. Und jetzt gehen die alle auf mich. Ich sehe es schon kommen. Das ist doch Mobbing. Ey, 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 ey. Hallo auf Hex, der darf nicht. Oh nein, 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 nein. Tschüssi. Nein, 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 nein. Boom. Erschreck mich nicht so. Darf ich kippen mal ruhig in Rom ey. Mann ey, ich bin heute sehr stabil. Hallo lass mich mal ruhig. Nimm auf, ich muss professionell wirken. Ich hab mal Licht an. Oder ich hab grad Licht ausgemacht. Egal. Merkt man eh keinen Unterschied bei der Tageszeit. Energieverschwender. Aua, was soll das? Ich hab dich diese Runde noch gar nicht gehauen. Uh. Rot, dann haben wir ihn getötet. Die erste Brücke ist kaputt. Ja, das war ich. Warum geht die alle auf? Meine. Äh, meine will nicht mehr rennen. Äh. 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 Ey. Geh weg. Hexe greifst du mal aus dem Hinterhalt an. Ah. Ah. Geh weg. Ah. 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 Das hat zwar schon die Welt eigentlich gedacht. Ich dachte ich hexe auch noch ein Pfeffer. Leider nicht. Oh, Hilfe! Macht euch Spaß hier im Teck und Kreis, oder? Nein! Tschüssi! Nee! Ich hatte die Angel! Die Angel ist asozial! Tja! Wo ist er? Ich komme nicht mal drüber hier reden, Marco! Nein! Okay! Nein! Nein! Ah! Weg da, weg da, weg da! Oh! Nee, also ich habe kein Problem, vielleicht ist er am Shader. Nee! Warum siehst du nicht? Warum? Weil ich nicht von oben beobachtet habe. Nein! Habt ihr es bald einmal? Das ist ein Schritt zwischen hier und hier. Jetzt haben die wieder ihr Ehestreiter, ich skill wieder los! Aua! Ja, warum hast du nicht so viel gekriegt? Weil ich besser war. Weil es mir nerviger bist! Oha, Hilfe! Aua! Unterrücksel schlagen! Ah! 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 Sag mal, wo seid ihr eigentlich? Ah! Ah! Da unten! Ich bin weg! Ich bin weg! Aua! 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 da kommen sie auf einmal auch mit zu jetzt muss ich vorsichtig sein warum hat nico eigentlich noch zwei drei ich habe ich habe ihn doch getötet oder nicht jetzt alle auf nido es verdient hat nee erst mal sex ausgeschaltet werden mensches kinder er hat den weg noch um zerstört ich komme nicht mehr hin das war es wert das war es wert ich bin tot aber es was wert ich habe den boden einbrechen lassen das was mir wert dafür dass sie gestorben bin ich bin tot wo bist du die nächste runde bist du fällig das haben sie mal der nächste runde erfahren dann bis zur nächsten runde das war ja best of three also wir dreimal wie man hier drei matches und dann mal gucken wer am ende der sieger ist bleib stehen los mal was machst du denn da oben was machst du denn da oben was schreckt man los mach nido doch fertig der rennt ihn doch weg der macht meinen ausdauer fertig warum schreckt man warum schreckst du denn nico was auf mir steht der schlepp ja du hast ihn gerade abgeschleppt nein du hast einen stein schon und rinnst trotzdem von mir weg ja ey lass mich los ey nein oh nein der nilo kann sich natürlich noch retten ey er sieht mich nicht er sieht mich nicht ich hab mich wirklich nicht gesehen wo war es denn nein der schmuck du bist so schlau und er überlebt es natürlich nein oh nein 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 das ist doch nicht geh sterben wow nein okay ich bin jetzt sterben ja 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 okay du solltest vielleicht was zu essen finden vielleicht ist das nicht mein ah ah Panik hast dich selber umgebracht oder was nein aber fast er sieht mich nicht in dein Busch vielleicht solltest du dich auch einfach mal aufs Schleichen setzen weil so sieht man ja deinen Namen zu alter Versteckspiel ey ja der rennt dir einfach noch weg alter Zieg jaaah hinter dir Meuro ahaha der Spellverlaub noch mal stehen und kämpfe ich mann wow nein ich hab es 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 gewonnen Mensch Marco warum hast denn keinen getötet ja heute mal euch mal kämpfen lassen weil ne ja nochmal hier die Strecke oder nein nächster nächste gut dann mach ich hier im kurzen Cut bis gleich bis gleich bis gleich so willkommen zu einer neuen Runde aber immer noch zur gleichen Folge bei mir zumindest ja auf jeden Fall ja auch okay den letzten Sieg hab ich ja gehabt wenn ich wie immer gewinne dann gebe ich ja nicht an du also angeh mal ja schon erwähnt bei dem Satz wo war das ja schon so wow aber das ist dann schon ja er kann mir das Boot von Nase weg schon klar okay ich glaub die Janet kann wirklich laufen wie das ist hier stehen wir nur unnötig durch die Gegend rum hat die Feuerwehr gebracht ne Alter hab ich mich erschrocken du erschreckst sie sehr leicht kann das sein ja ja wenn ich plötzlich da hier 20 Blöcke weit fliege dann erschreckt man sie schon ach so ich dachte wegen diesem Geräusch nein sie schreit wieder zum Glück war der schreit nicht laut tut mir leid Zuschauer mit seiner Art schreit immer sehr gerne nein danke ja vor allem wenn ich das dann hier stirb was habt ihr gesagt ich kann überlebt man einfach durch ihr seid so scheiße ich kann nichts mehr hören mein Ohr das Kopf komm her komm her komm her komm her komm her komm her ich will dich angel oh ja erst recht nicht aber können die mich mal alle Ruhe lassen dann dauert immer noch auf mich ja und au ahhhh Aaaaaaah wooo ich bin ja fast als Erster gestorben ey ich schon wieder bin gestorben ja die Arena scheiße nein ey sag mal Hex hast du irgendwie auf mir abgesehen oder was ja und drüber kloppt ihr mich noch die Burnen breit mein gott letzter das schaute mir schweres profo nase weg hallo was habt ihr alle gegen mich ich wollte eigentlich auf nido zielen aber nein nein ich habe hier ich bin zu langsam ich bin ein lustig aber jetzt geht warum liegt hier nur so viel nahrung herum was anderes und euro ist weg habe ich nicht aufsicht gemacht ploppen mein erster tut nein ach ja die kloppen sich da in schön und ich guck hier zu los marco angelt jetzt los naja ok gut ok sie angetikertig was das ein angelkampf oder was ich hab mich fast selbst gesprengt so stirbt nido hallo was habt ihr alle gegen mich ich will euch umbringen irgendwie wollen mich alle umbringen ich weiß kein warum episches duell da vorne der hex 47 gegen jenna das ab da vorne das nicht so schnell weg warum zieht er auf mich das zieht keine ahnung ich habe ihn zwar gewiss bauen lassen aber nicht ausgesucht weniger im vision nimmt ich werde gleich machen wir uns alle fähig weil der noch zwei leben hat hat trag mich nicht ja ich habe mich nur ein zweimal gehauen aus ja ihr seid nett dass sie mich nicht komplett getötet hat ach so kontrolle und ruft der eltern mal wieder ja ich bin jetzt da Ja absolut, du bist total blöd. Du bist richtig blöd. Du bist richtig blöd. Blöd hast du. Du bist blöd. Du bist einfach nur blöd. Was sagst du da? Mann! Ich hab nix gemacht, Moiro. Doch! Haha, du bleibst. Na komm, Moiro. Ne. Haha, da fliegst du. Ich bin jetzt bockig. Moiro, was hab ich denn gemacht? Ach, schnach. Du hast dich doch auch schon 10.000 mal getötet. Und tut 10.001. Du kannst es wieder als nächstes Spiel vergleichen. Okay, dieser Punkt geht an Marco. Ach Moiro. Ey, du bist ja tot, Nino. Ich hab gewonnen. Ja, gewonnen. Dafür, dass ich aber der Erste war, der noch ein Leben hatte, hab ich aber lange durchgehalten. So, jetzt müssen wir uns eine Karte suchen, wo wir Vulkano spielen können. Okay. Also eine Strecke kommt noch und dann endet auch schon die Folge. Bis gleich. Bis bald. Bis bald.